Das ist die Geschichte von Nicole. Sie arbeitete in einem Krankenhaus, während sie eine Ausbildung zur Psychotherapeutin absolvierte. Nicoles Arbeitstage waren lang. Entweder hetzte sie in der Klinik von einem Termin zum nächsten oder sie war im Unterricht. Und abends lernte sie zu Hause weiter. Nicole träumte von einer eigenen Praxis. Nach ihrer Approbation wollte sie als selbstständige Psychotherapeutin unabhängig sein, sich ihre Zeit selbst einteilen und mehr Geld verdienen. Aber vor der Gründung, den hohen Investitionen und der ganzen Betriebswirtschaft hatte sie förmlich Angst. Fachlich leistet Nicole hervorragende Arbeit, aber ihr fehlte einfach der Unternehmergeist. Nicoles beste Freundin erzählte ihr eines Tages, wie einfach es doch eigentlich sei, eine eigene Praxis zu gründen. Sie habe von MEG Praxis und einer All-Inclusive-Lösung gehört. Was soll ich sagen? Nicole wurde unsere erste Kundin. Nach ihrer Approbation halfen wir ihr bei der Zulassung und dem ganzen Papierkram. Wir recherchierten einen geeigneten Praxisstandort und wir fanden die perfekte Immobilie, die wir dann mit hochwertigen Möbeln und der notwendigen Technik ausstatteten. Unser umfangreiches Marketingkonzept sorgte für einen professionellen Marktauftritt. Sogar die Akquise potenzieller Zuweiser übernahmen wir. Nicole musste sich um nichts kümmern. Sie konnte direkt nach ihrem letzten Arbeitstag im Krankenhaus die Arbeit in ihrer eigenen Praxis aufnehmen. Im laufenden Praxisbetrieb unterstützten wir Nicole bei der Buchhaltung und der Abrechnung mit den Krankenkassen. Unsere regelmäßigen Online-Meetings dienen dem fachlichen Austausch mit Kollegen. Tja, unser Ziel ist nun erreicht. Nicoles Praxis ist erfolgreich. Sie braucht uns nicht mehr. Geht's dir ähnlich wie Nicole? Dann melde dich bei uns für ein kostenloses Erstgespräch. Mac Praxis. Erfolgreich von Anfang an.